Jack Bannon eigentlich John Bannon ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Jack Bannon begann seine Karriere Ende der 1960er Jahre. Er war zwar nur sehr selten in Spielfilmen zu sehen, spielte stattdessen jedoch zwischen Mitte der 1960er bis Mitte der 1990er Jahre Gastrollen in zahlreichen bekannten Fernsehserien wie Detektiv, Rockford, Anruf genügt, Kojak, Einsatz in Manhattan und Drei Engel für Charlie. Die Bekanntheit beim US-amerikanischen Fernsehpublikum erlangte er ab 1977 durch seine Rolle des Art Donovan in der Serie Lou Grant, die er bis 1982 in 114 Folgen darstellte. Nachdem die Serie eingestellt wurde, erhielt er neben Lou Ferrigno eine der Hauptrollen in der Krankenhaus-Serie Trauma Center, die jedoch nach 13 Folgen eingestellt wurde. Im Jahr darauf hatte er eine wiederkehrende Gastrolle in der Seifenoper unter der Sonne Kaliforniens. Eine weitere wiederkehrende Seifenoper-Gastrolle hatte er 1988 in California Clan. Gegen Mitte der 1990er Jahre wurden seine Fernsehengagements seltener. In der Folge trat er in Nebenrollen in einigen B-Movies seines Schwagers Joey Travolta auf. Bannon ist seit 1983 in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Ellen Travolta verheiratet und damit Schwager von John Travolta. Filmografie 1967 Solo für O.N.C.E.L. 1967 Zeit der Sehnsucht 1968 Invasion von der Vega 1968 Mannix 1970 Lassie 1976 Detektiv Rockford Anruf genügt 1976 Kojak Einsatz in Manhattan 1977 Drei Engel für Charlie 1977 zu 1982 Lou Grant 1981 Love Boat 1983 Ein Colt für alle Fälle 1984 1984 Simon und Simon 1984 Unter der Sonne Kaliforniens 1985 Das Model und der Schnüffler 1985 Volken Krest 1985 Remington Steele 1986 Hunter 1986 Matlock 1986 Mord ist ihr Hobby 1988 1988 Keckney und Lacey 1988 California Clan 1988 Der Denver Clan 1990 Ein gesegnetes Team 1990 Aheris wundersames Strafgericht 1991 MacGyver 1992 Golden Girls 1995 Dr. Quinnärztin aus Leidenschaft 22 21 23 23 25 25 26 23 24 Vielen Dank.